Diese hier zum Kauf angebotene sanierte 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 510.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017